So ihr Lieben, da bin ich wieder. Wie ihr seht, gerade den Auftrag abgeschlossen. Ein Fähigkeitenpunkt. Hab die Orks getötet und ja. Na das hoffe ich doch. So ihr Lieben, wir können eine... Ne, das war jetzt blödsinn. Wir wollen jetzt erst mal eine Fähigkeit freischalten. Ich weiß nur noch nicht welche. Das alte Leiden und so. Ja, war jetzt eigentlich gleich der nächste Versuch, in dem ich es geschafft habe. Na, drücke X um einen weiteren... Kostet Fokus. Das haben wir hier. Das ist natürlich cool, das machen wir jetzt mal. Bei voller Macht ist das natürlich geil. So, dann haben wir das auch. Der Nazgul war jetzt auch an sich nicht so schwierig wie die anderen Male davor. Und jetzt gucken wir mal nach den Aufgaben, das Aufträge, linker Button. So, was haben wir hier denn? Abgeschlossen, abgeschlossen, abgeschlossen. Abgeschlossen. Hier verfügbar. Okay. Okay. Hier. Aha. Aha, das sind die, lasst uns mal irgendwie in Sicherheit, obwohl wir sind hier auf der Map, das geht schon. So, was haben wir da? Ich weiß auch nicht, was wir als nächstes machen. Hier, Ithildin, ja, ich glaube, das wird jetzt mal das nächste sein, dass wir uns das holen. Nehmen wir... Oh, hier macht er schon, ne? Nein, warum? Warum sollten wir das? Hallo? Ach Mensch. Also einfach so rankommen ist wohl nicht. Gehen wir mal auf die Füße. Okay. Tag hin. Ey. Kannst du das mal lassen? Ach komm. Jungs, könnt ihr das mal lassen? Also mal ernsthaft. Das ist doch sinnbefreit. Ich bleib dabei, das ist sinnbefreit. Ehrlich. Und du da oben kannst mich auch mal entfrieden lassen, ne? Das sage ich dir aber mal. Komm mal her. Ja, ja, schlag du mal Alarm. Hm. So, hier ist aber keiner, der mich beschossen haben könnte. Na, ich muss das nicht verstehen. Schnauze. Würde ich zumindest gut finden. So, wieso ist jetzt... Wo ist jetzt meine Quest? Wo ist meine Quest jetzt? Da ist sie. Die Form ist jetzt aber auch nicht mehr markiert. Was soll denn das? So. Da drüben bist du. Tag. Sag dir doch guten Tag. Tag. Das hätten wir. Lass uns auf die Map gucken. Ah. Zerstöre das Stammesmonument des Oberlinern. Belohnet 250 MP. IP plus irgendwas. Könnten wir eigentlich auch mal machen. Hätten wir das auch erledigt. So, wo müssen wir denn da hin? Da müssen wir hin. Ein Mug wie das denn mal. Ach scheiße. Machen wir so. Nein, falsche Taste. Nein, auch falsche Taste. Danke. Du hast mal nichts im Visier. Aber wirklich gar nichts. Aha. Ach scheiße. Da stand doch irgendwas von rechtem Button. Das habe ich jetzt noch nicht eben gelesen gehabt. Ich hoffe, das war auch das, was ich hoffe. Ne, das ist... Ne. Achso. So. Das war das. Dann sind wir erstmal geredet. Jetzt starben sie nur ihre Bestien. Damit werden sie mich nicht aufhalten. Oh ja. Du bist aber ein ganz schön mutiger, mein Freund. Taken. Ich bin's, der Waldläufer. So. Und dann lasst uns mal auf die Map gucken. Hier. Na, das haben wir aber gemacht. Ähm. Hier haben wir noch immer Ethidrin. Oder wie immer das Zeus heißt. Hier. Karagoy-Jagd. Finde ich doof. Das. Infiltration. Ja, das könnten wir eigentlich mal machen. Dann porten wir uns mal hier rüber. So. Und dann aktivieren wir das mal. So. Dann muss ich hier irgendwie downen. Es ist ja schon. Ja, komm. So. Schauen wir mal. Aha. Wollen wir mal gucken, was das wird, ne? Schauen wir mal. Jetzt wirst du verlieren lernen. Unkompliziert. Okay. Mach ich hier irgendwas? Ne. Eigentlich nicht. Ne. Ich guck eigentlich nur zu. Er kriegt aber ganz schön drügel. Ich kann hier gerade nichts machen. Nicht, dass ihr das falsch versteht. Außer zugucken. Du bist der Lady. Du bist der Lady. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht mehr, welcher unser ist. Sag ich auch mal so. Ich schätze mal so. Ich schätze aber mal der hier vorne, der dünnere von beiden. ja. Das ist gut, glaube ich. Glaub ich. Glaub ich. Ja. Das ist gut, glaube ich. Glaub ich. Ja. Dann könnten wir uns in dieser Folge nochmal das Ding hier holen. So. Dann lasst uns mal gucken. Also 300. Nein, nein, nein. Wir lassen euch in Ruhe. Muss ja alles gar nicht sein. 1. 180 Fuß. 1. 1. 1. 2. 3. 1. 2. 1. 1. 2. 1. Nein, wirst du nicht Oder vielleicht schon, hallo Da, irgendwo Danke Night ist auch bekannt Da ist irgendwas von Kanker Auch wenn ich diese Mission ja auf den Tod hasse Können wir mal hier so Ja Gut, da oben Ja, ich weiß Da oben, irgendwo Ist jetzt nur wieder die glückliche Frage Wie kommen wir da hoch? Irgendwie hier vielleicht? Würde gerne wissen, wie ich da hochkomme, ne? Ist ja merkwürdig Wartet mal Da komme ich aber ganz, ganz schwierig hoch, würde ich sagen Na gut Dann Wie wäre es denn mal, wenn wir das Ding versuchen uns zu holen Dann geht es mal hier rauf Dann geht es mal hier rauf Tag hin Nein, machen wir es anders Mach mal Das müssen wir uns jetzt gerade mal nie antun Die Frage ist, wie kommen wir da wieder hin? Da durch, würde ich sagen Ach Ach, Scheißdreck Mistviecher Verdammten Scheiß Ekling Wools Wie ich sie hasse So Und dann muss ich doch hier irgendwo rumkommen Da ist es ja Na dann Das ist das einzige, was von Hamasirs Linie bleibt Ich weiß, dass sie beim Fall Minas Ethils ausgelöscht wurde Mhm Ein symbolträchtiger Ring ist viel mächtiger als einfacher Schmuck Okay Na wenn du das sagst So, das hätten wir auch Das Geschlecht der Hamasir Ich kannte sie Vor langer Zeit Dafür haben sie sicher keine Verwendung mehr Vermutlich nicht Warum kann ich eigentlich niemanden herbeirufen? Das ist eine gute Frage Egal Aufträge Ne, das machen wir über die Map Blödsinn So Ey, das war jetzt auch wieder falsch Hier ist die Map Ja Da unten gibt es noch eine Menge zu tun Blutrache Wo könnte ich mich denn da in die Nähe porten? Eigentlich könnten wir den ja mal probieren, oder? Ich kann mich denn da hin porten, ist die Frage Hier kann ich mich hin porten Okay, ja, ist klar So Ich finde, einfacher ist ja mal das hier, ne? Obwohl einfacher ist ja eine Sache Aber So So Dann müssen wir hier rüber Schnauze halten Rüber Rüber Einfach die Schnauze halten Jetzt ist die Quest schon wieder weg Ah, Moment mal eben Wo ist der Penaltyzer? Da ist er Der wird ja interessant denke ich mal Nein Tust du nicht Ja, ja Das geht jetzt wieder zur Sache Aber nicht zu knapp Ist es wirklich so lange her? So schnell verfliegt die Zeit Äh, weiß ich nicht Kann ich dir jetzt ehrlich gesagt nicht sagen Ich habe seitdem ein paar neue Tricks gelernt Also wenn wir uns schon mal gesehen haben Finde ich das jetzt nicht gut Ich frage mich, ob auch du interessanter geworden bist Weiß ich nicht Hau Ab Aber alle miteinander Weg 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 Hint fort Und da war Karagoy Das ist doch schön Ja, das ist okay Da habe ich wenig einen kleinen Moment meine Ruhe Einfach in Ruhe lassen Sooo Komm, 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 komm Danke Jetzt ist er wieder abgauen, der Penner Das kann ich überhaupt nicht gut heißen Aber wir holen uns gleich mal den Karagoy da drin Wenn wir hier mal ein bisschen aufgeräumt haben Also Penner So Alter, lass das Ist meine Macht wieder weg, du Penner Aber dafür hat er eine Menge Karagors hier in seiner Gegend, muss ich sagen Entschuldigung Naja, gut So oder so ähnlich Komm her, Karagor Na Ach, nee, andere Seite Ja, ja Ja, ja Ist klar Komm her Ah, komm her Komm her Das habe ich da aus Versehen befreit Lass das Ah, komm her Ich sagte, kommt her Jungs Ihr Arschlöcher Mistviecher Ihr verdammten Da Wo ist denn der Busch jetzt denn hier? Irgendwo hier muss er doch sein Haut ab Na, hast du Angst vor Karagor? Vom großen, bösen Karagor? Ach, Gule, wie ich sie hasse Angst vor dem großen, bösen Karagor Ja, so mag ich das Jetzt bist du dran, Arschloch Ich mag Karagor, ja Muss ich sagen Aber nur, wenn ich auf ihn reiten kann Ah, wo bist denn jetzt, Arschloch? Wo ist der Wichser? Was ist denn jetzt, Arschloch? Was ist denn jetzt, Arschloch? Lass uns mal auf die Map gucken Da ist er ja Aber ihr Lieben Ich glaube, das machen wir dann erst in der nächsten Folge Ich bedanke mich auf jeden Fall für euer Zuschauen Und, äh, mal gucken, ob er wirklich so ne Angst vor dem Karagor hat Ich sage bis zum nächsten Mal dann Tschüss!